UNTERTITELUNG 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 Ja? Ich bin der neue Lehrer. Ich hab Sie da noch nie gesehen. Ja, weil ich neu bin. Morgen. Wer ist das, Frau Lehrer? Das ist der Herr Fuchs. Mein Echer Assistent. Sie sind jetzt schon aus welchem Umfang? Baumgattinger! Hast du Blut hochgetragen? Fuchs, willkommen im Strafschultag. Kitabi, Jugendgerichtshilfe. Fuchs, ich bin der neue Lehrer. Ich bin da, um die Frau Berger abzulösen. Dann sind Sie nicht der Erste. Hey, hey, hey! Da, ihrinnen, ist es eng. Gibt's keinen Platz für Fehler. Du siehst, ungeduldig, aggressiv hat sich die Haare geschnitten. Man darf nicht vergessen, mit wem man es da zu dumm hat. Wollen Sie gar nicht wissen, warum die da sind? Raufhandel, Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord. Wer weiß. Hörst du mal wirklich nur auf euren Herzschluss? Wer will einen Apfelstrudel? Ich will uns. Ihre Kollegin bringt viel zu viel Unruhe in den Betrieb. Du musst das visualisieren. Gut, werft sie mir raus, ist mir wurscht. Aber lass den Kindern das malen. Mach einem das Leben da, erinnerst du zu Hause. Hilfe! Wieso sind Sie hier? Uns nimmt sowieso keiner mehr. Was soll ich jetzt machen? Das Richtige, Fuchs. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das tut sich was an. AAAAAAAAHHHHH! Ich bin trotzdem ins Geburten. WUH! 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 Frau Lehrer, Picasso kann mir den Schwanz lutschen. WUH! WUH! Meiner will dir deinen Schwanz lutschen.